Hallo zusammen, mich ist wieder Heutzelah und ich bin wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Transform-Guide präsentieren. Und zwar wollen wir uns zusammen mal angucken, wo wir hier ein Special-Rückenteil herkriegen können. Und zwar handelt es sich hier um diese schicken Kristalle, die ich am Rücken trage. Und das ist ein Item, was wir uns durch einen Rare hier in Maldraxxus erspielen können. Und zwar schimpft sich dieses Item Pylacterium des Toten Intriganten. Und dieses können wir von einem Rare bekommen. Der Rare befindet sich hinter mir. Eine komantische Anomalie, schimpft sich die. Und ja, das ist ein Rare-Mob, der hat 224k Leben, haut nicht sonderlich heftig rein. Den kann man relativ easy alleine umboxen. Wo befindet er sich? Und zwar sind wir hier einmal in Maldraxxus auf den Koordinaten 72, 28. Soweit ich informiert bin, braucht man da keinen bestimmten Pakt. Also man müsste den mit jedem Pakt looten können. Ich bin aber selbst bei den Necrolords. Und dementsprechend kann das natürlich auch sein, dass er nur für Necrolords droppt. Laut Handy-No-Shadowlands soll das aber bei jedem Pakt dieses Item geben. Und ja, man kann es auch dementsprechend transmoggen. Und das ist eigentlich eine ganz nette Rückengeschichte. Hier in der Zone gibt es ja ein paar weitere, die ich euch schon gezeigt habe. Unter anderem so ein komisches Labor, was man auf dem Rücken haben kann. Beziehungsweise, was ich natürlich jetzt die letzte Zeit standardmäßig aktiviert habe, sind diese Knochenflügel, die ich relativ nice finde. Gut, wenn euch interessiert, wo ihr die anderen Teile herbekommen könnt, habe ich da ja noch ein paar mehr Videos gemacht. Und da könnt ihr dann gerne in der kleinen Playlist ein bisschen gucken. Und ja, damit verabschiede ich mich schon. Das war der kleine Video-Guide zu dem Transmog-Item. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Und ja, ich habe hier einige Tries gebraucht. Falls ihr euch das fragt, bei 0,3% könnt ihr euch vorstellen, seid ihr ein bisschen unterwegs. Gut, ich verabschiede mich. Ich wünsche euch noch viel Glück beim Farmen. Euer Teller. Bis zum nächsten Mal. Ciao.